Ein wunderschönes herzliches Willkommen. Wir befinden uns im Spiel Assassin's Creed Syndicate, befreien momentan Westminster und wir machen jetzt eine Kopfgeldjagd. Und diese heißt Wade Linden, empfohlen ist Level 9 und zufälligerweise bin ich auch in der Nähe. Ich soll das Zielleben zurückbringen. Ich weiß noch nicht immer was das Ziel ist und werde hier gleich angegriffen. Ich hoffe nur. Mein Ziel rennt jetzt nicht in diesen Augenblick weg. So, ich glaube mein Ziel rennt jetzt gleich weg. Aber jetzt kommen ganz schön viele hier an. Ich wollte eigentlich jetzt mal ein bisschen... Jetzt, jetzt rennt mein Ziel weg. Verdammt. Jetzt brauche ich eine Kutsche. Unbedingt. Und ich bin gleich tot. Frage mich, ob der schon jetzt weg ist. Also ihr seht hier, hier geht einiges ab. Ich weiß jetzt nicht, ob die Mission jetzt vorbei ist. Ich habe das jetzt gerade nicht gesehen. Ich kann ihn aber nicht mehr entdecken. Ich denke mal, das kann ich jetzt nochmal neu starten. Also ihr seht hier. Also ihr seht hier volle Power. Auch in den letzten Gebieten. Ja, wir fangen nochmal von vorne an. Sowas passiert da auch. Am Anfang ganz viel Enthusiasmus und dann ging es nach hinten los. Also wir wissen, die Herausforderung ist jetzt Ziel, Leben zurückbringen. Und jetzt passen wir mal auf, damit wir hier nicht nochmal sowas erleben müssen. Okay, ich habe mich kein Stück gebessert, merke ich. Ich bin aber noch nicht in dieser Mission drin, merke ich gerade. Mal gucken, was passiert. Ich bin noch nicht in diesem Event quasi. Ich habe hier einige Gegner. Ich nehme mal eine Rauchbombe, ansonsten wird das hier noch eine Ewigkeit. Ewigkeiten dauern hier. Ich muss ja mich auch mal ein bisschen beeilen. So, und ich bin ein tadellose Kämpfer, wie ihr hier sehen könnt. So, Wade Linden sollen wir auch spüren wieder von vorne. Weil irgendwie wollen die nicht von mir ab hier heute. Das gibt es noch nicht. Jetzt trennt wieder mein Ziel weg. Ich fasse es nicht. Was ist denn heute los? Jetzt habe ich ihn. Mein lieber Scholli. Niederschlagen. Wieso geht Niederschlagen nicht? Diese blöden Kämpfe gehen wir langsam auf den Kick. Ich kann ihn nicht gefangen nehmen. Was ist denn heute los? Es ist ja wie verhext. Es ist ja wie verhext. Oh, da kommt noch eine. Ist ja irgendwo ein Nest. Jetzt aber. Still. Ich will dich jetzt niederschlagen. Wie kann ich denn den jetzt gefangen nehmen? Was ist denn hier passiert? Jetzt geht wieder die Kämpfe los. Die unendlichen Kämpfe. Okay. Jetzt aber. Jetzt ist kein Gegner mehr. Gefangen nehmen. Jetzt geht's los. Jetzt sind wir auf dem richtigen Weg. Ganz ruhig Lenten. Jetzt beruhigt dich doch mal. Bist du mit mir kämpfen? Hier gibt es eine Kutsche. Die sieht doch mal ganz fein aus. Was soll das? Bist du cooler oder was? Dann fahren wir mal ein bisschen. Ganz ruhig Lenten. Ich kann euch nochmal was erzählen. Weil ihr so fein zugeschaut habt. Das war so nicht ausgemacht. Ich kam jetzt gerade nämlich vor dem Kino. Das soll jetzt keine Werbung sein. Und ich muss echt sagen. Ich bin das Ding begeistert von meinen. Fifty Shades of Grey Films. Kann man sich auf jeden Fall angucken. Wenn ihr den ersten Teil gesehen habt. Und den ein bisschen langweilig fassen. Dann kann ich euch sagen. Das weiße Teil ist besser. Jetzt liefern wir ihn mal nebenbei ab. Gut. Die Waffe bereithalten. Ich muss mal kurz nachladen. Rückwassgang. Okay. Okay. Ich muss absteigen. Das nutzt alles nichts. Aber heute geht wirklich alles nur da und drüber. Das war ja schon immer. Frechheit. Die Pferde, die Pferde, die Pferde, die Pferde, die Pferde, die Pferde. Dieses Gebiet haben wir dafür befreit. War eine schwere Geburt, aber wir haben es geschafft. Fantastisch. Jo. Und es folgen noch einige. Aber dann haben wir es endgültig geschafft. Und das ist doch schon mal super. Bis zum nächsten Video. Tschüss. Und... Tschüss.